Hallo, mein Name ist Nike Lorenz, ich spiele Deutsche Nationalmannschaft und für den Mannheimer AC. Die letzten zehn Tage unseres Crowdfunding-Projekts Ecke Schuss Gold haben begonnen und jetzt gilt es auf der AC-Geraden nochmal Vollgas zu geben. Ich appelliere an ganz Hockey Deutschland, aber vor allem an die Mitglieder des Mannheimer ACs. Bitte unterstützt das tolle Filmprojekt, um unseren Hockeysport mehr in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken. Das Olympiajahr hat gerade begonnen und wir haben mit dem Filmprojekt die einmalige Chance, etwas ganz, ganz Großes zu schaffen. Also liebe Mitglieder des Mannheimer ACs, bitte bestellt vorab DVDs und Premierenkarten. Ich denke, dass aus der Hockey-Community selbst noch ein bisschen zu wenig kam und das wollen wir nicht auf uns sitzen lassen. Also lasst uns gemeinsam als Club ein Zeichen setzen und Teil des Ecke Schuss Gold Teams werden. Mein Ziel ist es, dass 100 Mitglieder des Mannheimer ACs eine DVD bestellen. Ich denke, das sollten wir ja wohl schaffen.